Hallo, wieder bei Nussstunde und Feuer. Ihr habt ja das letzte Mal mitbekommen, dass wir noch einen Rauchmelder-Einsatz hier haben. In der Zeit habe ich eben schnell die Aufnahme gestoppt und neu angefangen. So, dadurch sind wir jetzt ein bisschen spät dran hier. So, M, 2, 3, M, 3, 3, 4, 2. 5, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. So, nein. Oh, Glück gehabt. Ein Tankbucht, den ich habe gebrochen. Oh, 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 gerade ein bisschen am Lecken hier, habe ich echte Probleme gerade mit dem Steuern. Jetzt machen wir mal auf 5 an. Oh, 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 oh Oh, kommen wir da rüber, hoch, kommen wir mal ein bisschen Kraftverdäumen, okay. So, das ist ein Leiterwagen. Na gut, sind wir ein bisschen unorthodox gefahren. Ja, ich sollte mal zwei aus, aber ein Doppel, sechs, sieben, acht, ne 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 neun, so, so. Schlauchraspel, ja, zure, die Position benutze, Einbaupumpe, 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 so, ein, ein, was für ne Pumpe soll ich nehmen? Ach, kontrolliere die Pumpe, ja. Bitte bist du Arte oder bist du dann? Und dann mit dem Halligan Tool, da ist auch wieder zwei, vier, zwei, 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 ja, mit dem Halligan Tool. So, da sollen wir jetzt einmal hochknaschen, auf die zweite Etage. So. Braucht es hier? Nein. Warte auf Anweisungen. So, wieder zurückbringen. Können wir die Tür schließen? Ne, die ist ja kaputt. Woher können wir die Tür schließen? Nein. Können wir die schließen? Nein. Ob wir nach unten fahren, aber Gelände ab und da ist immer noch nicht. Finde ich sehr gefährlich hier. Und sehr düsteres Interieur hier. So. Verkauf von Traumweisungen. Verkauf von Traumweisungen. Verkauf von Traumweisungen. Also wir haben da irgendwie ein Chaos verursacht. Na ja. So. 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 Ach Gott, weil wir so dämlich parken, haben wir hier Probleme. Bestellte Fahrzeug. Okay. F1, 2, mach sie nicht. 1, 2, ah, ich glaube, ich hätte, äh, ja, ähm, okay, ich empfiege diese Einsätze, bisschen in die Hose, 2, 3, 6, 7, 9, Auffahrung, oh Gott, was haben wir da für einen Pfarrer angerichtet? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist da peinlich. So, wieder blinken. Nee, 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 wie peinlich. Und ich glaube, ich habe eine Aufnahme-Session falsch benannt, also die Tondatei. Ich bin vor dir da, bitch! Ja, gerade ist das nicht, aber egal. Nee, 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 was für eine Pannenfahrt, ey! Und der eine? Läuft er immer noch da rum? Ja. Warten wir noch einen Einsatz ab. Einen Einsatz machen wir noch. Moin Leute, ist noch was da vom Grill da? Nee, die haben das alles aufgefuttert. Typisch, typisch! Da hat man auch einen Einsatz und dann gibt es nichts mehr vom Grill. Nies ja, wie immer. So. Was hilft, wenn ich hier aufmache? Ach, da haben wir den jetzt befreit. So. Ach, jetzt steht er da vor der Wand. Hallo? Könntest du... Oh ja. Die Wand zieht sich magisch an, was? Nee, 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 nee. Lass mal hier mal gucken, wie es aussieht. Oh. Einsatz. Jo. Lkw-Brand. Nehmen wir mal den Angriffs-Dingsführer. Achtung. Brandschutz. Lkw-Brand. Einsatz. So. Neuer Lkw-Brand. Ein weiterer Lkw-Brand mal wieder. So ein schöner Wohnungsbrand wäre mal was. Aber vielleicht ist das nicht integriert hier. So. Der Einsatz wird sicherlich bis 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr dauern und dann... Ach. Direkt hier um die Ecke brennt. Ne, doch nicht. Oh doch. Das war ja eine kurze Anfahrt. So. Return. Warte auf Anweisungen. Nein, nicht nach dran gehen, das ist nicht gut. So, der bringt das. Der Schlauch wird ausgerollt. Entschuldigung für den Stau. Passiert hier noch was? Okay, die scheint mal wieder ein bisschen eingefroren zu sein. Hier werden wir den nächsten Mann. Gehe B-Schlauch. Gehe zu B-Schlauch Ende. Wo ist denn der B-Schlauch? Hallo? B-Schlauch. 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 Okay, jetzt weiß, dass hier ein Bildschloch rausgenommen wurde, aber da ich den nicht finde, legen wir einfach noch mal ein Bildschloch hin, machen den auf, holen den raus. So, einmal verbinden, ähm, okay, jetzt auf der falschen Ende. So, Bildschloch Ende da, dann nehmen wir eben das Bildschloch Ende hier. Nee, das ist der falsche. So, dann zeigt mir mal bitte schon, wo der Bildschloch rumliegt. Wo habt ihr den hingelegt? Es brennt ja nichts, nein. Es ist nichts passiert hier, nein. Alle wunderbar. Hallo, geht das denn gut da? Hm, ja, alles in Ordnung? Jo, gut. Schön, schön. Oh. Gehen wir mal in die Richtung. Habt natürlich nicht aufgepasst. F3, 2, hat hier auch nichts. F3, 3, F1, 2, 3, ja. So, wo ist der verdammte Bildschloch hin? Gehen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung. Gehen wir mal in die Richtung. Hm. Da ist der Dings da. Der Hütrant, aber... Oh. Wo liegt der B-Schlauch? Wo liegt der zweite B-Schlauch? Hier, da seht ihr, was passiert, wenn man... Ne, das geht nicht. Jo. Okay. Ich finde den B-Schlauch nicht. Da sind wir nur gehighlighted, wo der hin muss. Aber wir haben keinen B-Schlauch, bzw. meinen B-Schlauch wollen die da nicht haben. Hm. Na gut, dann machen wir jetzt mal Ende des Spiels. Ich gucke mal, ob man speichern kann. Spielstand speichern. Und dann kack's ab. Okay, bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.